Warum Deutschland heute gegen Spanien gewinnt. Deutschland wird sich voll auf das Spiel konzentrieren. Spanien wird niemals an Harry Maguire vorbeikommen. Und Deutschland möchte natürlich wie die letzte WM das Achtelfinale erreichen. Naja, aber jetzt mal im Ernst. Für wen seid ihr heute? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da.